Hallo ihr Daxxaber, mit der siebten Map von Nexius. Hi. Ich bin sehr gespannt, was das kommen wird. Einfach Drop. Okay. Gibt es auch eine andere Waffe aus HD hier? Okay, die Waffe ist schon mal cool, aber ich komme. Egal. Ja, ich kann mich erst erinnern. Die kann ganz lustig sein, aber auch ganz nervig. Mal schauen, wie ich hier... Ihr seht, ich nehme hier immer gerne die Zweitfunktion von der Waffe, weil die auch sehr effektiv ist, muss man sagen. Ich weiß, das ist ein bisschen risikorekt, was ich mache, gerade mit der Bewaffnung. Ah, ist schon besser. Aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss ja beruht, wie ich an die Punkte reinkomme. Hier, hier. Oh nein. Jetzt muss ich das. Okay. Nein, raus hier. War jetzt super ungünstig. Bitte wieder neben. So, komm mal. Okay, das hätten wir. Pass mal nochmal das Limit rutschen. Where are you? Nein. Nein. Sehr unbeziffert. Okay. Shit. Oh, oh oh, ich muss mich mal ein bisschen mehr ranhalten, weil da sind wir jetzt besser als wir. Zwei so rar. Wie ist das? Ich hasse die Sofa. Ich kann die echt nicht leihen. Okay. Dies. Mein Gott. Egal. Egal. Äh. Wie viele Reben? Wir haben Punkte für uns. Ich glaube, ich verstehe auch so ein bisschen die Richtung. Ah, cool. Die Waffe ist wenigstens mal gut. Okay, jetzt hätten wir... Nein. Nicht der Schatz. Wie viel wird er noch aushalten? Okay, hier haben wir ein paar Zeug rein. What the hell? Ich glaube, 15 Mal nochmal das Clement, ne? Ich glaube, ich würde nochmal einen Filmieren suchen. Wir machen ein paar Hause. Und dann wird er wieder zu. Okay. Okay. Es wird wieder zugegeben. Okay. 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 Das war's für heute. Ich brauche eine bessere Bewaffnung. Okay, ist jetzt schon... Ey, ihr merkt's? Es ist jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller. Alter. Ein Freund verlassen! Hier nehmen wir mal diesmal die kreativative Waffnung. Und... Man geht halt jetzt super viel schnell Leben zusammen. Geht aber schnell wieder runter, wie ihr gesehen habt. Okay, das sollte ich mir holen sollen. Egal! Ähm... Okay, da war ich mitten im Sandwich drinne. Okay! Das ist schon mal. Okay! Dann gehen wir mal an. Er ist schon mal da. mein Gott toll, das hat jemand anders abgesahnt ah, aber ich hab den hier bekommen, auch gut ja, und man verliert anscheinend auch wieder Leben, wenn man in die Säule kommt oder so das hab ich noch nicht so ganz raus, aber ist völlig egal, weil ich muss einfach nur schnell durchziehen ich nehm immer wieder diese Kackwaffe, weil ich weiß, wie scheiße die ist ok, da hab ich gar nicht gesehen, was was war mit dem ich spare eine bessere Waffe ah, ist schon besser was hier manchmal hat man echt keine Chance da war ich ja mal kochen immer noch geröstet nein nein ich habe hier eine Kackwaffe oh, die ist oh Gott, die haben halt alle viel mehr als ich ich muss halt immer wieder drauf achten, wieder ein neues Slam reinzuholen weil es hier anscheinend super wichtig weil es was hier der Slam runterdroppt, wie ihr seht also war jetzt komisch, ich habe keine Rückmeldung bekommen, dass ich getroffen wurde okay nein 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 Boah, das dauert weh jetzt immer mal alles. Okay, das war gut. Oh Mann, ich schwirr, das wird wieder nichts. Ja, auch wieder nur noch zwei. Mann, die Map merke ich gerade so überhaupt nicht meins. Nein, raus hier. Time. Toll. Komm ich auch nicht hoch. Dann muss ich von oben runter. Oh Mann. Auf ein neues Wischmein. Und weiter jetzt. Ich bedanke mich sehr für die Beachtung. Oh, wieder leben. Hallo, ich will die Wattel. Mein Gott. So. Ich darf halt diese Woche nicht. Mein Gott, hau da nicht ab. Ein HP. Klar. Oh nein. Ich weiß nicht, ich hab's mal geschafft, bis jetzt da rumzukommen. Hoffentlich bleibt das auch so. Ja, von der Stärke her ist die Waffe tatsächlich gleich wie die, die der Gegner gerade hatte. Nur seine hat halt mehr Reichweite. Also, nicht mehr Reichweite, mehr Umfang. Also mehr. Ja, umgehe muss Schaden. So. Verschalt. So, was sind's alle wieder? Oh, die ist gut. Die nicht. Ich muss mal, glaube ich, einfach mal nur merken, wie die ganzen Nummern der Waffe sind. Ich will mir einiges versparen. Alter. Okay. Nein. Das müssen wir da Leben reinholen. Oh, das ist noch nicht wahr. Oh, das ist noch nicht wahr. Oh, das ist noch nicht wahr. Oh, ich muss auch eigentlich von der Sniper wegbleiben, weil die ist hierfür nicht so gut geeignet. Aber wenn's wirklich eine coole Waffe ist. Oh, man! Hm, ja, das regt mich auf. Oh Gott. Das ist nicht gerade selbst erledigt, stimmt. Nein! Toll. Das wird er Leben haben. Nein! Da flogen meine einen weiter. Ja, die Reste, oder? Die auch immer mal als betiteln, will? Nee. Das ist wirklich schon von manchen Waffen, ey. Das ist wirklich eine schnelle, nee. Ja, aber auf der anderen Seite ist die halt gut. Ja. Ja, ja, komm. Ich darf nur nicht einen Raketenwerfer nehmen, weil da... Ich werde mich jetzt in stepen. Hup! 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 Okay. Zeug's, nur die Steppe. Ich geh auf. Okay, ich klau... Ne. Ich hab ne Strategie. Mann! Ich brauch jetzt wieder Leben. Alle rasiert! Super! Okay, hier immer so hin und her laufen, immer wieder Leben reinholen und die Stellen, wo man schnell verrücken könnte, vermeiden. Aber hier ist es ein Schauspieler, also man braucht nur eine... also man muss nur gucken, dass man eine bestimmte Strategie findet und dann einfach einsetzen. Habe ich es vorhin gemacht. Hat funktioniert. Let's go. Weiter geht's. Okay, dies wäre dann wohl die achte. Die siebte hatten wir ja gerade gehabt. Das ist dann wohl die achte Map. Three Skidbots. Also drei, die anscheinend sehr gut sind. Sonst würden sie es nicht so darstellen. 15 Frack Limits. Okay. Fähne mal raus, wie das dann so sein wird. Dies war es aber jetzt erstmal von der siebten Map. Ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen. Euer Tag selber. Bis dann.